Ich glaube, ich habe die Haftung gewiesen und die Mexikaner Freiburg ist wie ein Drehger im ersten Rundgestell. Diesen Jahr 111 Meter von ihrer lebenden Legende, von Mero Ochoa, mit seinen 37 Jahren, nach wie vor eine Katze auf der Linie. So, man's called Mexico. Wir sind wegen des Geländes, wo wir schon aufs Abkommen sind. Er nimmt ihre Klasse spielen, weil seine Ergebnisse nehmen uns halt schnell einfach ab. Wieso kommen die Kollegen hier zu diesem Elfmeter? Aber sie nutzen diese Schrott nicht und die Stimmung ist am Kippen. Hier im Stallion 9-7-4. Und vielleicht in etwa mal einen richtigen Satz zu gehen. Aber das wurde auch hier wieder diskutiert über Elfmeter. Alexis Weger eben noch am Norden jetzt schon wieder anstehen, aber abseits geboten. Gerade auf Runde. All das Tempo, was wir als Einverliegen kommen haben, kriegen wir jetzt. Sehr komprimiert. Hier schauen wir mal drauf. Nicht schlecht geschossen. Wir haben Stilfach unten rechts rein, vielleicht nicht ganz präzise. Aber das ist ein solider Elfmeter. Ochoa hat einfach die richtige Ecke spekuliert. Bleibt nicht stehen, zögert nicht. Sondern setzt alles auf eine Farbe. Und diese Farbe pe-